X-Family Männer Quiz Joel, erste Frage geht an dich Was ist der Anlass für die Reise um die Erde in 80 Tagen? Harry Potter Harry Potter Wer schrieb das Drama Romeo und Julia, nachdem auch ein gleichnamiger Film mit Leonardo DiCaprio gedreht wurde? Shakespeare Richtig Was für ein Tier haben Hexen im Märchen oft auf ihren Schultern sitzen? Katzen oder Raben Raben Raben, richtig Schatz Was frisst der Wolf, um seine Stimme zu verändern und die Geißlein zu täuschen? Heliumflasche Kreide Kreide Ich kann, komm Auch nicht frei eigentlich, ne? Und das Elbe, und das Elbe Wie heißt die Insel, auf der Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer wohnen? Ich hab da so lange, du hast das Kind so oft gehört Ja Die Äh Sezilien Keine Ahnung Lummerland Ah, Lummerland Ah, Alter Alter An welchem Fluss liegt Straßburg? Oh ne, am Nil Am Rhein Wie nennt man eine unterirdische Verkehrsverbindung? Umbahn 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 Tunnel Was ist ein Tunnel Häh, was ein Tunnel Tunnel Atmen Atmen Oh mein Gott In welchem Schottischen See soll sich angeblich ein urzeitliches Tier verbergen? Ah, Loch des Jawoll Wie nennt man die Kabine von Seilbahnen? Kondel Perfekt Das ist ein schönes Land Lebt der Hecht im Süß- oder im Salzwasser? Oh, das ist 50-50 Süßwasser Richtig Was? Was bedeutet Krips? Hör mal Schlau Krips Gehirn, Kopf Intelligenz Nein, Verstand und Auffassungsgabe Das ist doch dasselbe Nein Komm, das ist Zu welcher Ordnung der Reptilien gehören Kaiman und Alligator? Papibien Zu den Krokodilen Wer sagt, heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hole ich mir der Königin ihr Kind? Was ist das denn? Wann ist das Ding? Alter ist doch da mit dem Goldspindel Zeug Ne? Er sagt das Rumpelstilchen Band der deutschen Industrie Achtung, die war heute Herzlichen Glückwunsch Hör mal Oh Gott Ui! Ui! So...